Ich komm nicht rein. Aber jetzt kommen mal ein paar Loops dazu. Kann ich auch mal. Hallo. Was? Ach man, der hat mir den Kiel geklaut. Was hier? Gott, wie? Wo? So. Leid euch ein, da ist ein Platz frei bei Blau. Da jetzt zwei. Ja, willkommen bei Ihnen. Los, los, los! Ja, ich kann nur... Ich kann nix. Wenn denn Org-Mass sagt nix Mensch. Was? Der reagiert nicht. Escape, join. Ich kann zwar auf die Spieler klicken, aber mehr könnte ich auch nicht machen. Ach, nächste Karte. Ah, Leid euch mal. Nameless Place. Disconnect vom Server. Ah, ich bin drauf. Ich kann spielen, uah! Ihr schweigt auch! Geht das jetzt? Ich kann auch spielen, uah! Ein Spiel! Es lädt! Toll, und ich bin raus geflogen wegen euch! Ich will nicht, dass ich lädt! Ich bin blau. Warum siehst du das blau aus? Ähm... Weil ich auf blau gedrückt hab. Weiß nicht mehr, wo ich drauf gedrückt hab. Außerdem oben linkfte das, glaub ich, markiert sein, in welchen du bist. Es lädt! Hm... Dann bin ich rot! Ja, ich auch! Es... Es lädt! Ich will nicht, es lädt! Ich will spielen! Unreturn! Äh, Quake Life! Du musst jetzt f3-ten, sonst geht das hier überhaupt nicht los! Nein, ich spiel schon! Jetzt geht's nämlich los! Ah! Ich will Quake Life! Hey, da war ich seit euch! Ich hab mal gesehen! So, aber... Wow! Ich will Quake Life! Uh, was ist das denn Schicks? So kann ich nicht mehr schießen? Ah, das ist geil! Ich hab Chris gefunden! Wenn du hier Bratirisch auf den Sack! Ey, was schießt du auf mich auf mich, auf mich armen blauen Sack? Was ist der Auri? Wenn du erstmal gestorben hast, dir irgendwas schickes zu f3-ten, ne? Dann hast du einen ziemlich gestorben Sexualverhalt. Ey, warum komm ich nicht mehr ins Spiel? Ja, warum bin ich jetzt? Du musst bis Ende der Runde warten! Da schießt einer auf mich! Töte die! Das ist alles so verwirrend! Das ist alles so... verwirrend! Wer ist denn der letzte Überlebende auf dem Team? Äh, weiß ich nicht! Aber der macht mich lankig! Güt's vor mir! Der war grad vor mir! Warum bist du kurz zu flühen? Ich hab aber Schatten gekillt! Warum kann ich nicht schießen? Weil das noch... Weil die Runde noch nicht gegangen ist! Weil die Runde noch nicht gegangen ist! Weil die Runde noch nicht angefangen hat! Boah, die Runde noch nicht angefangen hat! Achso! Gut! Ich hab' den besten Ping hier! Wo sind denn alle? Ich sehe ihn! Bäh! Aber auch请 ausupera Signде aus! Das Problem bei solchen Spielen ist, dass man sich versuchen... Ähm, nicht von trocken... ...- ... Cyini an die Runde zu Minute. Du gehst immer rechts! Wer ist oben? Ja, ich hab ihn! Treffen wär jetzt noch gut! Ja! Ja, echt mal Isadon! Der läuft hier einfach weg! Wo ist er hin? Erstmal rechts! Da! Da lang! Machen Arbeit immer wieder! Nee, doch noch nicht! Ach, das hat ja gedauert! Rund beginnt in... 3, 2, 1... Alle mir nach! Grün ist auf meinen Feind! Obhi, komm her! Ich weiß nicht, warum das blaue tut? Ja! Primo! Ich bin schon wieder First Blood! Mann! Ich hab auf ihn geschossen! Das war mein Frack! Ja! Ich beobachte dich! HILS DEALER! Hilfe! HILS DEALER! HILS DEALER! Da war einer direkt hüpter und keiner hat begolfen! Ha! Und ja! Bärchenzeit hat getötet! Und Bärchen seid leckt! Wird beschossen! Bärchenachricht! Mein! Nur noch Bolt! Nur noch einen! Mit für Bolte ist nur noch da! Der Rocket Launcher ist aber auch böse! Ja, ein bisschen! Und wie er die Granate nicht mehr ausnutzt! Red wins the round! Oh! Red Team win! Aber Karos ist größer wie ich! 3, 2, 1... Fight! Ah! Ich bleib schon noch mitten rein! Ja! Ja! 2-0 hinter mir! Haha! Ja! Ich hab... Na! Der Kill wurde mir geklaut! Ha! Ha! Du blöder Arn! Ey! Du hast mir doch meinen Auffall gegen dich! Was? Ich hab dir keinen geklaut! Ich hab noch nicht mal einen! Aber die wär mein erster Kill gewesen! Ja! Das ist auch mein erster! Also von daher... Isador! Jawoll! Ha! Ach! Ich hab auch noch die Runde gewonnen! Round begins in... 3! Ich hab's beschlossen! Ach! Man kann Waffen wechseln! Ja, wenn das Mausrad drehen! Ich will jetzt einfach, äh... Ah, verdammt! Das Gegenbild will ich jetzt einfach... äh... Malmo wegprutzeln! Du willst ja nur achten! Ja! Na, für dass ich dieses Spiel spielen! Na, für dass ich dieses Spiel spielen! Ähm... Meckern noch! Mach mich doch schon! Mach mich doch schon! Nimmst du mal einen besseren Vorschlag! Ja, ich hab schon! Worm! Okay! Du organisierst alles, wir kommen und flamen dich! Fällt gut! Hahaha! Ähm... Mert mal! Ja, das ist ja mein Livestream und dein Livestream! Deswegen kommen wir ja auch im Flame nicht! Ach, Quatsch! Außer... Ihr könnt nächste Woche gerne mal spielen, weil nächste Woche... Ja, ich war nicht mein Stim-Ding! Nächste Woche um die... Nächste Woche um die Uhr fliege ich wahrscheinlich... Es ist doch nur unter dem Tisch! Also von da! Ach, die Runde geht ja schon wieder los! Nein! Jep! Komm her, Chris! Was? Boah, ey! Boah, ey! Mein, die verkackte... Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Ich sterb allein in einer Lava! Bin... ich schlecht! Ich bin... ich schlecht! Warte mal! 22 Uhr, wir dürfen... Wir dürfen jetzt Ausdrücke benutzen! Ja! Ja, stimmt! Und einer wollte mich doch sagen flamen! Die Motherfucker! Wischi! Penis! 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 Ach, in der Luft schon! Oh, ich war ja mal hart! Oh! Der hat mich in der Luft geholt, ey! Der Arsch! Na, hier... Die arbeiten hier schon mit Rockets und alles! Rocket Jump! Ja, sehr gut! Ja, in der Luft, weißt du! Springt hoch und erwischt die dabei! Man könnte grad meinen, die Typen von denen hätte nicht! Das geht! Naja, die alten Quake-Spieler halt, ne? Die haben kein Leben! Die haben kein Leben! So ne beim Geethe! Aber der ist der letzte von, wa? Naja, welche Wollte deiner Wollte? Gegen Kumpa Pukov. Pukov. Ne, Koma Pukov. So. Gesundheit. Hat einer von uns gegen von deinem, oder was? Ja. Also ein klassisches One-on-one. Aber unser ist... hat's nicht. Oh, der Wollte hat das wär beinahe Lackshot gewonnen. Wollte hat's auch. Ah, der rennt hier die ganze Zeit nur um. Ah, er weiß, wo er ist. Da ist er. Jetzt wird's spannend. Oh, unglaublich, ein unglaubliches Finale. Da packt er die Schotten aus und wartet auf den Gegnern. Wo kam der denn her? Krass, alter. Den hab ich nicht mal gesehen, dass er den trifft. Ich auch nicht. Das heißt... der Sieg. Ja, jetzt drauf 4 und 2. Oh, ich komm genau im falschen Moment runter. Aua. Kriss bei einer Schrot rum. Oh. Toll. Mich hat's zerlegt. Ha, hab ich grad gesehen. Los, Kabasch. Oh. Boah. Bärchenzeit. Oh. Wollt's grad sagen. Auch schon. Haben wir wieder Wind bebeulte? Ja, ja. Scheiße. Jetzt zieht hier alles. Alter, mir wird gleich schlecht, so schnell wie der sich bewegt. Ja, aber das ist Quake halt, ne? Auri, du bist ja... Da können sie mit modernen Shootern nichts halten. Auri? Hast du... Ja. Du bist ja auch Kaul, oder was? Hahaha. Also da kann Call of Duty oder so ein Dreck mithalten. Ja, voll lieb, ich wollt mir grad jetzt hier machen, da komm ich gar nicht zu. Warum sind hier so viel Grün? Ich weiß nicht, es sind zu viele für meinen Geschmack. Ja, nein, nein, oh. So, das war ich erst mal nicht. Erstmal ordentlich ein Durchschnitt. Was? Jetzt braucht man gar nicht zu gucken, tötet sich gleich selber. Weißt du wieso? Hahaha. Ich guck mal Auri. Tötet mich doch nicht selber. Ich guck mal Auri. Auri, den Legastheniker. Oh! Voll ein Suizid. Das Team Starless. Oh, Isador hat es nicht. Hat er vielleicht gehabt? Ne, da waren zwei. Und wer ist mal wieder letzter? Bolte. Guck mal, Pukop. Witt für Bolte. Na, unser Pro. Pro Noob. Haha, das sind wir ja. Ja. Na, das wird er glaube ich nicht schlafen. Oh, der ist auch gleich tot. Ne, hier gibt es ja keine Heal-Buttons. Ne, das wäre nett so ne Map. Ich finde die Map irgendwie cool, die Freund. Die ist schon cool, ja. Und Witte wollte, er hat sein Gewitter ab. Aber mit dem liegt ein Stückchen Rückzug. Oh. Ja, hat er auch noch 11. Ja, da muss ich jetzt sitzen. Ja, der hat gesessen. Ich... Ja, genau. Wird's grad sagen. Wird's grad sagen. So. Ich sehe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da oben und da unten. Uff. Ja, da ist der Chris. Den kriegst du noch. Das sind definitiv zu defekte für mein Rechner. Was hast du für ein Rechner? Ah, ein Rechner nicht. Ich lecke doch. Boah, Chris leckt so ein bisschen durch die Gegend. Und du triffst ihn trotzdem nicht, wenn er leckt. Ja. Das ist ja grad das Leben. Na wieso? Er steht doch gerade auf einer Stelle. Da kann man ihn doch leicht treffen. Du bist der Letzte. Oh Gott, ich bin der Letzte. Hab ich auch grad gelesen. Ja, solange du nicht das Letzte. Lauf, lauf. Witwe ist hinter dir. Wir sind beide da. Alle, alle drei. Oh Gott. Was, ich hab nicht ein Kind. Was ist das IG? Hi Chris. Hi. Oh, das ist ja noch einer gewesen. Hehehehehe. Wir waren zu zweit, ihr Scheide. Das war ein Hinterhalt. Definitiv. Oh. Boah. Los Cabasch. Tötel. Ja, die verdammten Donnie-Ropper, ne. Oh. Er schmau... Er schmau... Er schmau... Er schmau... Wie hängt denn hier mit Granaten um sich? Da kann man Granaten schmau... Nein! Ja, das ist... Granatwerfer. Ah, das ist... Oh. Verdammte Hackie. Omaaa! Schon grad Cry-Me-Low. Echt? Ja, wenn wir wollt, hat grad Team Cry-Me-Low. Ja, ja. Hat er ja voll recht! Ja, in 2, 1, Fight! Aktie, äh, stratischer Rückzug hier, wo ist... Alter, wo ist meine... Man! Ja, ich hab einen Kill! Jetzt kann ich wirklich mehr. Ach, Mann! Wir stehen, du Noob! Einfach Dauerfeuer! Ja! Was meinst du, was ich... Ich mach's halt nix anderes! Oh, ich hab zwei Kids! Kawash ist tot. Kawash liegt in der Ecke. Der Rocket Launcher ist scheiße. Bin zu doof, doch. Ich hab mal schön in meine Granate reingeflogen. Und wieder die Bolte wollte, äh, ja. Ich bin eintönig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist definitiv nichts für mich. Na ja, von mich ordentlich. Ditto! Dann macht's mir jemand anderes! Aber lieber ein Free-For-All-Game, das wär dann, ne? Das ist bei uns so ständig halt nah. Ja, das ist das nächste. Wir warten es ja jedes Mal wie ein Idiot. 3, 2, 1, Fight! Äh, ich bin dafür, wie wir machen jetzt mal ne Runde Anno! Nimm geschehen! Klar! Boah, hat mir schon wieder jemand über Chris geklaut! Dein Chris? Boah, f*** die Jürgen! Granate! Boah! Die landen gerade. Wie lange geht dieses Match eigentlich noch? Drei Wochen. Ich glaub, die Schote wäre was für mich mehr. Ich denk mal, hier drauf 10 Minuten, oder? Ne, ich glaub, ist da nicht 10? 10 oder 10 Punkte? Weil da oben steht ne 10 in der Ecke. Oh. Oh, Götz! Götz! Mach ihn fern! Oh! Götz! Mö und Fähne, ne? Das gibt's nicht. Ich werde aber dem langsamen Schmied wieder. Ja, ich auch. Ich war erst morgens um 6. Wieso erwischt jetzt immer mich? Wenn es andere erwischt wären... Komisch. Ja... Wow! Ich hab auch nicht gekillt! Ich hab' ich das gemacht! Ich hab' nur den Tunnel gehalten! Achso, ich stand ja auch nur, um auf jemanden zurückzuziehen! Oh Gott, da sind zwei! Das ist nicht in Ruhe! Ey, ich... Gut geht! Scheiße, Mann! Ah, mal gucken, was es neu ist. Und angestupst! Nein! Erstmal die... Erstmal die... Erstmal die... Erstmal die... Erstmal die... Erstmal die Fensterlubs! 3... 2... 1... Komm, wer drückt zuerst! No, das gibt's doch nicht auch... Du Arsch! Arsch mit Ohren! Boah, mein Führer! Isador hat schon... In welchen Zeit hat fünf... Kebbeschatztehn? Ja, der ist gut! Das hat drei... Das hat vier... Geber! Geber! Ah, das hat noch einer den Druck steckt! Och, Katze! Er legt ihn hier auf die... Er legt sie auf die Tastatur... Er legt sie auf die Tastatur... Das ist ein bisschen... Hehehe! Go, Isador! Als der vorletzte, ja! Gut gemacht! Nee! Okay! Jetzt bist du der Letzte! Alles kaputt! Ich bin das Letzte! Ja! Ich hab Leute gekillt! So, danke! Leave Match! Wir bitte ein anderes'n! Ja, Next Match halt noch! Oh, der kommt offen! Ey! No, démen... Oh, nee... Not Spongebob! Mowww, mewmewmew... arquivo sind sie. Krio romless hardware... Was? Wer hat das My Marvel mesmo? Felic Shop! Worra ist noch dabei jetzt? Ähg ich nicht. Ich verlass'n. Kein Bock mehr? Du hast es vorgeschlagen, also bitte. Ja, ne, ist schon, ist schon, ist schon dran, aber... Boah, nee, das finde ich nicht in Ordnung. Nee, das ist der Quasch. Gehört verboten. Ja. Spielbar. Isador, ich bin na dir. Toll. Sag mal. Spielst du? Ja, aber das Kabel an, das Kabel. Boah, da hat mich irgendwas runtergeschüttet.